Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu YouTubers Live. Und zwar sind wir schon auf der Mondbasis. Was? Yachtparty? Geh doch erstmal schlafen. Verdammt. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd, aber hey. Gehen wir halt total übermüde zur Yachtparty, das ist überhaupt kein Problem. Wir brauchen mehr Geld. So, White on Sea. Das ist kein Problem. Wir ziehen uns einfach irgendwas Weißes an. So, wir haben ja auch einen weißen Rock irgendwie. Ja, ne, bei denen jetzt einfach. Und die weißen Schuhe. Haben wir noch andere? Ne, ne, schade. So, die weiße Brille natürlich. Also einen weißen, ne, es ist hässlich. Dann gehen wir mal so zum Event. Wir sind zwar echt mega müde, aber Party machen ist alles. So, während wir noch dahin, ich wollte gerade trotteln sagen, aber dahin laufen. Ähm, Disturbing Ice Disaster. Mach nochmal ein Gameplay. Ja, du nimmst Arbeitsplatz 1. Emilia macht auch nochmal ein Gameplay. Ach man. Video aufnehmen. Ähm. Noch irgendwas, was noch gut läuft. Nehmen wir Kermits Makeout. Machen wir davon noch ein Gameplay. Oder auch nicht. Soviel dazu. Also eigentlich brauchen wir ja noch einen, ne. Connor. Wie sieht's denn aus? Wir sind hier bei 100%. Das ist Emilia, ne. Hier sind wir auch bei 100%. Ist hier noch einer von unseren anderen Leuten da? Ach, Jaden ist hier direkt vor uns, ne. Die haben wir auch bei 100%. Ja, dann passt das ja. Okay, wir tanzen mit ihr. So. Muss ich mal ganz kurz raus, Tim. Ja. Videospiele reden. Wieso? Sie ist schwarz. Dann geh ich halt. Wenn ich hier schon beleidigt werde, dass ich, äh, keine weißen Sachen anhab, obwohl ich weiße Sachen anhab. Warte auf das Video. Was für ein Video? Ergebnis. Boah, das sieht doch gut aus. Das sieht auch gut aus. So. Du solltest jetzt aber auch was aufnehmen. So, Emilia. Okay, sie macht das schon. Das ist schon mal gut. Ähm. Sie macht jetzt Kermits Makeout. Und sie nimmt mal Black Equestrian Force. Und zwar... Ähm. Nehmen wir dazu einfach noch ein Gameplay auf. Wird schon irgendwie werden. Polo Cam. Polo Cam. Ja. Mach einfach... Worauf warten wir denn? Guck mal, wir können das hier wegmachen. Warte. Schön, ja. Ist jetzt bitte schlafen. Warte auf das Video. Ich gehe einfach ins Hauptmenü und starte das Spiel jetzt neu. Ist mir jetzt auch egal. So. Jetzt gehst du schlafen. Perfekt. Das hätten sie echt schöner machen können, ne? So ein Pool wäre hier ja noch cool gewesen. Aber nein. So, dann isst du erst mal fett ne Pizza. So. Weil wir verdienen ja echt gut unser Geld, ne? Idee haben wir ja auch leer gekauft, wie man sieht. Ich wollte ja dann bald noch mal gucken, ob wir neue Sachen kaufen können. So, aber erst mal Pizza. Das ist ne echt schöne Pizza, die sie da hat. War gut. Oh. So. So, gehen uns mal ein Video auf. Sag mal, hatten wir die nicht alle angewiesen, aber wahrscheinlich wurde das jetzt nicht gespeichert, ne? Okay. Dann machen wir das halt noch mal. Ist überhaupt kein Problem. So, hier teilen wir jetzt aber wirklich das PC-Spiel zu. So, das Turbine Ice Disaster. Nein, 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 nein. So, Kermit's Make-out macht dann nämlich die andere Tante hier. Und wir teilen ihr... Ne, irgendwie ist das jetzt ziemlich weit hinten. Was ist denn hier los? Und wie fehlen hier ein paar Spiele, oder? Ach, das ist gar nicht mehr so beliebt. Egal, wir machen jetzt noch ein Gameplay davon. Und Jaden. Ich nehme es mal Arbeitsplatz 2. So, oh, wir haben Jaden das zuge... Ja, super, ey. Das hat ja echt gut funktioniert. Dann ist es jetzt auch egal. Dann kriegt sie jetzt trotzdem Kermit's Make-out. Und wir müssen echt neue Spiele kaufen und so. Aber wir müssen erstmal noch ein bisschen Geld verdienen. So, wo bin ich jetzt? Da. Wage hier ein bisschen auf der Stelle rum. Das macht man heutzutage so. Maximale Glühlampen erhöht. So, ich würde auch gern ein Spiel spielen. Aber ich kaufe mir erstmal... Ja. Ein Walkthrough. Mysterious Blood. Okay, das... Dann machen wir das Walkthrough. Warum muss ich warten? Ich kann doch hier einfach einkaufen. Hallo? Ah, danke schön. Amazing On. Ach, schauen wir doch mal. Top-Seller. MotoPG06. Top-Bewertung. Mystical Scribble. Das kaufen wir mal. Grimmy Dog kaufen wir auch. Hätte gern was für den PC noch. Da ist noch was für den PC. Aliens, Gate Detective und Legacy of Night. So, dass das passt. Wenn wir schon mal hier sind... Hier gibt es, glaube ich, nichts Neues. Gibt es ein neues Tablet? Nein. Tablet. PC-Tech. Kann man hier eigentlich aufwerten? Oh, Ladebildschirm. Wir sind im Mond, genau. Wir sind auf dem Mond und... Ah, schön. Und das Internet ist hier zum Kotzen gefühlt. Ist echt toll, auf dem Mond zu sein. Hust, hust. So wie das aus... Oh, wir haben neue Sachen. Handelbank, Dartautomat, Spielautomat. Ja, Gewichte, ey. Ja, klar. So, Clothing Shop. Was hier was Neues gibt. Für dieses Böden-Ding hier. Voll cool auch. Ich wollte mir ja alles kaufen. Also, das machen wir nicht jetzt, sondern wenn ich da ein bisschen Geld zusammen gespart habe mit den nächsten Let's Plays. Mysterious Blood. Neues Gaming-Video. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt gut wird, wenn wir da jetzt was machen. Hm. Ja. So ein Walkthrough zu machen ist jetzt schon ein bisschen dumm, ne? Aber... Warte mal, was? Moment, Moment. Bekommst das Spiel in ein paar Stunden. Okay, wir müssen da keine... Views haben. Das heißt, wir machen das. Und es ist scheißegal, dass das blöd ankommt. Ja, wir nehmen das hier einfach. Und gönnen uns jetzt mal die Spiele, die hier neu angekommen sind. Ja, später. Ich muss warten, bis mein Partner fertig ist. Er ist fertig. Dann zeig das Ergebnis und wir uploaden das jetzt. Weil hier ist unsere Liste einfach leer. Das geht gar nicht. Ehrlich gesagt... Will ich nicht noch jemanden einstellen? Weil es irgendwie doof ist. Weiß nicht. Immer die ganzen Leute zu... Ja, zu managen. Und selber eigentlich gar keine Videos mehr groß machen. Das finde ich halt einfach blöd. Boah, du Typ. Ja, der kann schon mal nix machen. Sie hat Hunger. Sie kann auch nix machen. Oh, endlich ist sie fertig, ey. Meine Güte. Ich finde es halt echt dämlich, dass wir da wirklich warten müssen und nur einen Fernseher haben und so. Also... Ich weiß nicht. Ich meine, wir haben hier irgendwie fünf Computerplätze, die wir machen können. Aber wir haben nur einen Fernseher, wo wir Konsolen anschließen können. Ich habe eine Achievement bekommen. Ich würde mir sogar dreimal, keine Ahnung, eine PS3 kaufen oder so. In diesem Spiel. Also jetzt nicht in echt. Und dann die... Und dann in die einzelnen Zimmern. Zimmer, dann halt ein Fernseher, eine PS3, endlose Dialogszene. Oh ja. Das wird geil. Wir nehmen das hier, weil es jetzt zweimal das hier gibt. Und das ist sogar geil. Ich weiß gar nicht, was wir genommen haben. Ich habe jetzt einfach nur darauf geachtet, dass hier dieses gelbe Viech hier ist. Da, langer Kommentar. So, auf jeden Fall möchte ich, wie gesagt, den Ideashop noch leer kaufen. Und, ähm, Dingens hier. Oh, ich komme mir nicht mehr darauf klar. Die, ähm, diesen Kleidungswaren da. Vervollständigen, alle Sachen kaufen. Und dann würde ich mal gucken, was da noch so übrig bleibt, was man machen kann, ne? Also ich möchte wirklich gern unabhängig von so einem Netzwerk sein, ehrlich gesagt. Das können wir uns ja eigentlich sogar aussuchen, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, dann gibt mir halt nochmal neue Karten. Aber es bringt jetzt eh nichts mehr. Also, dass das Spiel das dann nicht erkennt, ne? Wir haben jetzt zu lange gelabert. Aber, hey. So, Emilia hat ihr Kermit-Makeout hingekriegt. Wir müssen das hier gleich noch bewerben. Uchla. Bewerben. Bewerben. Das haben wir schon nicht mehr genug Geld, aber ist vollkommen egal. So, können wir ihn denn... Er steht hier einfach rum. Nein. Wir können den Leuten gerade keine neuen Videos zuteilen, aber das ist auch kein Problem. Ja, ey, komm, ich lasse das jetzt so. Interesse? Gar nicht. Passt schon. Jetzt mache ich hier extra so ein Walkthrough von so einem Kack-Video, was hier keinen interessiert. So, Kurse würde ich gerne nochmal belegen. Das wäre nochmal cool. Hier können wir ja noch einen PC hinklatschen. Dieses Zimmer ist auch einfach leer. Ich frage mich echt, was das soll, ne? Also, dieses leere Zimmer da. Ob man da noch was machen kann? Akzeptieren. Ja, aber wir werden uns erstmal einen Hamburger gönnen. Nach dem Schlafen natürlich. So, hast das doch mal entspannt. Sollte der kann jetzt ein neues Video aufnehmen. So, wir haben hier neue Spiele. Legacy of Night. Aliens Gate Detective. Woher gönnt sich Communist Grite Zone? Und zwar... Eine scheiß Stimme, ja. Du nimmst bitte den ersten Arbeitsplatz, ja. Und Emilia. Emilia geht jetzt, oder was? Video-Offnung. Gönnt sich jetzt? Was gönnt die sich denn mal? Aliens Gate Detective. Und wir nehmen dann Legacy of Night auf. Das wird schon geil. Sie macht erstmal einen Gameplay davon. Und macht das mal einen Arbeitsplatz 2. Ja, okay. So, du nimmst auch ein Video auf. Und zwar zu dem anderen Konsolenspiel. Grimy Dog. Auch ein Gameplay. Du nimmst Arbeitsplatz 3. Ja. So, und wir nehmen jetzt auch ein Spiel auf. So. Und zwar Legacy of Night. Ein Gameplay. Und zwar an Arbeitsplatz 4. Wir bewerben das trotzdem mal alles. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Gibt es eigentlich irgendwas Neues? Green Party. Ich finde diese Partys irgendwie blöd, ne? Wieso muss ich warten, bis mein Partner fertig ist? Das verstehe ich nicht. Muss ich doch nicht. Ja, ist doch gut. Du startest die Aufnahme. Wir machen eine lustige Begrüßung. Und einen Schluck. Trinke ich mal in real life. Du bist ein Level aufgestiegen. Ja, Mensch. Da machen wir auf jeden Fall einen Google-Vorschlag. So wie immer. Also ich muss sagen, langsam wird das hier ein bisschen langweilig. Also jetzt nicht vom Gameplay her. Das gehört halt dazu. Aber ich finde so fürs Let's Play. So, wisst ihr? Also wir sind jetzt, keine Ahnung, irgendwie in den 40er bei den Folgen angekommen. Ähm, ja toll. Das passt hier alles nicht. Das ist schon mal echt toll. Ich kann hier gleich mal meine Karten angucken. Das passt hier schon wieder nicht. Wir machen jetzt ein philosophisches Kommentar. Äh, Folge 42 und 43 nehme ich auf heute. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, Folge 43. Und langsam wird es ein bisschen öde, finde ich, immer nur sowas hier zu zeigen. Aber wenn man halt so ein bisschen auf Geld erstmal aus ist, ne, dass man sich da ein bisschen Geld holt, weil man dann den ganzen Rest wieder kaufen möchte. Ja. Ey, wir müssen auf jeden Fall noch einen neuen Typenstart klar machen. Also noch einen fünften für unsere Bude hier, den wir herumkommandieren können. Das bringt schon wieder nichts, aber egal. So. Jetzt kann ich nämlich einfach, und also ich finde das halt viel schöner als irgendwie andere. Das ist jetzt, ähm, zu YouTuben. Ähm, unabhängig von einem Netzwerk. Ähm, Aufträge nur, wenn wir jetzt gerade Bock drauf haben und wenn es halt nicht wieder so ein Walkthrough ist oder so. So Gameplays kann man ganz gut hinkriegen. Oder halt so ein Preview. Legacy of Night. So, jetzt holen wir her. Jetzt uploaden wir den ganzen anderen Rest auch noch, natürlich. Ah. Naja. Auf jeden Fall unabhängig von irgendwelchen, ja, keine Ahnung. Ich behebe natürlich das Problem. So, ich gehe erst mal schlafen. Nein, du gehst nicht erst essen. Und dann isst du mal wieder eine fette Pizza. Und jetzt werden wir die anderen Videos auch noch natürlich hochladen. Also ich fände es gut, wenn wir, ähm, die Mitarbeiter vielleicht auch nach und nach, wir kaufen einen Booster. Wir werden jemanden nicht ums Leben bitten, Herrs. Ich sag dazu nix. Ich sag dazu einfach nix. Wir bitten jemanden um sein Leben, ja. Jo, mein Leben ist nicht mehr ausreichend. Kann ich deins haben, bitte? Ja klar, Anfrage akzeptiert ist kein Problem. So, ein Handyspiel spielen. So, akzeptieren wir und dann bewerben wir. Und dann können wir halt einfach so, wie wir Bock haben, ne. Also dieser leere Raum hier, der stört mich ja richtig, ne. Und dass wir einfach keine Badewanne haben. Ich finde das so unrealistisch. Das ist eines der ersten Sachen, die ich so auf jeden Fall dann machen würde. Aufgabe abgeschlossen. So, dann befernen wir das mal. Hat so schon wieder ein neues Video offen. Perfekt. Was hatten wir für ihn denn? Ich glaub, für ihn hatten wir dieses Kommunist Grid Zone. So, Emilia. Also, du nimmst mal Arbeitsplatz 1. Ja. So, Emilia, die tanzt erst mal vor der Treppe. Das mach ich auch alltäglich. Also, du machst Aliens Gate Detective. An Arbeitsplatz 2. Ja. So, Jaden. Muss warten, bis mein Partner fertig ist. Ja, es ist okay. Das ist kein Problem. Du machst Crimey Dog. Und zwar an Arbeitsplatz 3. Das ist natürlich gut, wenn wir halt pro Leute, pro Leute ist auch gut gesagt, ne. Wenn wir pro Typ halt die, ähm... What Dingens hier? Die Arbeitsplätze haben. Ich sollte nicht so früh aufstehen und dann Videos aufnehmen, ey. Das kommt immer nicht gut. So, jetzt müssen wir mal aufpassen mit Bewerben. Wir brauchen 16.872. Könnte jetzt nämlich ein bisschen schwierig werden. So, während wir unser Video erstellen, machen die anderen das auch. Vielleicht sollten wir so weiterhin verfahren, dass wir immer alle einstellen, was die machen und dann machen wir was. Dann stellen wir wieder alle ein und dann machen wir was. Weiß nicht. Also, ich finde das nicht schön für meinen YouTube-Kanal, den ich erstellt habe, Leute einzustellen, die dann Videos für mich machen. Also, ich meine, ich möchte, dass die Leute wegen mir einschalten, so, wisst ihr? Also, wenn die Leute sich jetzt YouTubers live bei mir angucken, dann, weil sie mögen, wie ich spiele, weil sie es interessant finden, weil sie mir gerne zuhören, wie ich hier rumquatsche oder so, wisst ihr? Und wie ich hier gerade voll verkacke, aber es ist auch egal, hätte ich fast diesen wütenden Heil hier genommen. Also, nicht, weil dann hier irgendjemand anders noch meinen Kanal mit betreibt. Also, was ich verstehen kann, wenn man zum Beispiel Thumbnails von, also dann von anderen Leuten erstellen lässt. Wobei, also, was ich mal gelesen hatte, also Gronkh macht das ja, glaube ich, selber oder teilt selber. Ich weiß es gar nicht direkt, wo sich der Hilfe holt oder nicht. Auf jeden Fall, der hat ja Zeit dafür, ne? Und was ich dann aber auch interessant fand, dieser eine YouTuber, ich glaube, Unge oder so war das, der arbeitet ja normal Vollzeit und macht trotzdem noch alles, ohne sich dafür einen Typen einzustellen. So, weil er da einfach Bock drauf hat und ich glaube, das ist auch so seine Philosophie. Vielleicht hat sich das mittlerweile auch geändert, ich weiß es nicht. Aber, ja, das finde ich halt schon wichtig. Ein Werbevorschlag von Non-Tindo. Ich finde diese Anspielung halt auch sehr geil. Also, ich fände es gut, wenn wir hier halt noch hochkommen, ne? Hochladen. So, ein Walkthrough-Video von unserem neuesten Spiel Muppet Square Dancing Gold. Gut, wir gucken mal. Dann brauchen wir erstmal drei Gameplays auf jeden Fall. Wir leiten jetzt hier gnadenlos alles hoch. Wir werden es auch nicht bewerben, weil wir jetzt echt das Geld brauchen. Das finde ich zum Beispiel unnötig. Das hätte man irgendwie... Was? A valid Steam-User-Session must be active to run this game. Okay. Aber der Paar ist eh vorbei. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit schau und...